Eine wunderbare Nachricht für alle deutschen Fußballfans, zumindest für die, die gegen den Investor-Deal waren. Breaking News, Investor-Deal, Investorenprozess abgebrochen. Der geplante Investoren-Deal in der Bundesliga ist geplatzt. Das hat das Präsidium der deutschen Fußball-Liga bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt am Mittwoch beschlossen. Eine erfolgreiche Führung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklung nicht mehr möglich, sagte Hans-Joachim Watzke, der Sprecher des DP-Prosidiums. Digga, alle, die gesagt haben, dass diese Prozesse nicht wirken, das ist der Beweis, dass es gewirkt hat. Ey, das ist geil und das freut mich. Endlich mal was Richtiges passiert. Also endlich konnte sowas mal verhindert werden und da zeigt man, dass die Fans doch mehr zu sagen haben, als manche glauben. Aber ey, ganz ehrlich, das ist geil, das freut mich. Es ist zwar jetzt, haben die vor einer Stunde gepostet, aber wichtig, so muss das, so muss das.